Vorsichtig sein, aber jetzt nur als grober Überblick, dass es Wasser vorhaben. Und dann geht es um die Flötschwelle und die Flötschwelle. Und dann geht es um die Flötschwelle und die Flötschwelle. Wir werden nicht die Flötschwelle und Flötschwelle. Und dann war der letzte Teil des Flötschwelle. Er war über die Flötschwelle hier. So, ja, wir werden das tun, wenn die Wetter lässt. Das wäre das Morgen und das Nachmittag. Das ist die einzige flötschwelle Station, die du auf dem Island verletzt hast. Okay, also Plan A für den nächsten Tag. Also das war jetzt hier für morgen. Denn den nächsten Tag ist hier in Fortuna an Land zu gehen. Und Fortuna ist das letzte Stück von Fortuna nach Stromnes, der ein Teil von der Wanderung oder eben von dem Marsch den Shackleton gemacht hat. Eben 1916, als er hier in King Harkon Bay gelandet ist. Eben über das Gebirge, über die Gletscher gekommen ist. Und dann hier Fortuna Bay und eben nach Stromnes zur Rettung in die Walfangstation gekommen ist. Und das wäre also dann für den Morgen praktisch eine normale Anlandung hier in Stromnes. Und dann für den Nachmittag hier nach Grütwecken zu gehen. Das ist der Plan A für den nächsten Tag. Dann die dann die Nachmittag, wir sind da ein paar Landen nach Beziehungen über die Bayes Eichnen. Und dann die Nachmittag, mit zwei Landen, hoffentlich. Und dann, dann die Nachmittag, wir machen ein ganzes Hike nach hier. Und dann für die Nachmittag, ein paar Landen oder vielleicht ein Landen und ein Ship Cruise, at the bottom end of South Georgia.